Das lief nicht ganz nach Plan. Im Testspiel gegen die Spielvereinigung Bayreuth unterlag der Klub am Ende mit 1 zu 2. Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel. Die Regionalligist bot dem FCN durchaus Paroli und forderte die Defensive immer wieder heraus. Zwar hatte der Klub mehr Spielanteile, doch die Abwehr der Gastgeber bot wenig Räume oder bekam häufig noch einen Fuß dazwischen. Vor über 3500 Zuschauern waren zwingende Torschancen zunächst eher rat oder ein Zufallsprodukt. Wie diese Mischung aus Flanke und Torschuss von Sebastian Kerk. Dieser war es auch, der kurz darauf die bis dato beste Möglichkeit hatte. Doch der Torwart war zur Stelle. In der 32. Minute dann die Führung für den Underdog. Den ersten Torschuss konnte Patrick Klan zwar noch parieren, doch im zweiten Anlauf war der Ball dann im Kass. Die Antwort des Klub folgte Propp. André Petrak mit einem schönen Pass in die Tiefe. Über Fabian Nürnberger kam der Ball zu Felix Lohkämper, der einfach mal draufhielt. Sein Schuss klatschte an den Pfosten, den Abpraller schubt Törles Knöll zum 1 zu 1 rein. Wir wollten heute gewinnen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, war das heute ein guter Test. Es war ein guter Gegner gewesen, der uns alles abverlangt hat. Und ja, es geht weiter. Natürlich, wir hatten eine intensive Trainingswoche unter vielen Einheiten. Nichtsdestotrotz natürlich klar, dass wir zwei Klassen besser sind als die. Es ist ein vierteliges, deswegen, das Ergebnis ist natürlich alles andere als zufriedenstellend. Natürlich, das Wetter war heiß, aber es darf eigentlich keine Auswahl sein. Ich meine, für die war es genauso heiß wie für uns. Ja, wir hatten eigentlich genug Chancen, um hier auf Tore zu erzielen. Doch zunächst waren es die Bayreuther, die die Chancen hatten, auf 2 zu 1 zu erhöhen. Mit vereinten Kräften konnten Klandt und Lukas Jäger den Rückstand jedoch verhindern. Zur zweiten Hälfte wechselte Trainer Damir Kanadi dann kräftig durch. Einzig Klandt, Nürnberger und Alexander Fuchs blieben zunächst dritt. Und nun kamen auch die angesprochenen Torchancen. Guter Pass von Simon Rhein auf Virgil Misiccan, der in der Mitte Federico Palacios fand. Sein Abschluss wurde gerade noch geblockt. Kurz darauf erneut ein schneller Vorstoß des Klub. Misiccan diesmal über rechts auf Rhein, der uneigennützig für Fuchs ablegte. Doch dem rutschte der Ball über den Spann. Der FCN war nun bemüht, die Führung zu erzielen. Doch der letzte Pass kam teilweise nicht an. Oder der Ball versprang nach der Mitnahme. Und wie das häufig so ist mit den ausgelassenen Möglichkeiten, nutzt der Gegner das eiskalt aus. Nach einer Ecke rutschte der Ball in den Fünfer und Sven Kopp war zur Stelle. Die Führung für die Spielvereinigung nach 72 Minuten. Wie schon nach dem 0-1 wollte der Klub schnell zurückschlagen. Rhein steckte durch auf Palacios und tatsächlich das 2 zu 2. Doch zu früh gefreut, Palacios stand knapp im Absatz. Wir hatten ja genügend Torraumzählen auch in der zweiten Halbzeit. Für den letzten Pass vielleicht nicht funktionell dafür vor dem Tor. Die haben es auch gut gemacht, haben natürlich alles reingeworfen, gefeiert bis zum Ende. Und deswegen, ja, gut über den Bayreuth. Wir haben jetzt gesehen, dass wir noch viel Arbeit von uns haben. Das heißt, es ist einfach trainieren und versuchen, die Spielweise vom Trainer so zu verinnerlichen. Und ja, und dann müssen wir jeden Tag daran arbeiten. Eine Möglichkeit gab es noch. Kurz vor Schluss scheiterte Misijan mit einem Freistoß am Pfosten. So blieb es am Ende beim nicht Unverdienten 2 zu 1 Sieg für die Bayreuthi. Für den Klub gehen die englischen Testspielwochen dagegen weit. Am Mittwoch wartet mit dem FC Basel ein international erfahrener Gegner auf das Team. Anpfiff in Allershausen ist um 17.30 Uhr.